Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, es ist immer wieder sehr schön, Sie hier begrüßen zu dürfen zu den Hamburger Gesprächen für Naturschutz. Mitbestimmen, mitgestalten, mitverhindern. Das Fragezeichen am Ende des Titels unserer diesjährigen Hamburger Gespräche ist natürlich losgesetzt. Aber was auch das Gemeinwohl ist, das heißt repräsentative Demokratie mit der Unabhängigkeit der Abgeordneten setzt voraus einen komplexen Prozess der Vergegenwärtigung in jedem individuellen Abgeordneten, was denn wohl für alle verträgt. Das ist nicht viel Geld, aber Sie müssen bedenken, alle diese Gemeinden haben vorher kein Einkommen gehabt. Die haben vorher nie Steuern gezahlt. Die hatten vorher kein Mitspracherecht, was mit ihrem Land passieren soll, mit den Ressourcen da drauf. Und all das haben sie jetzt. Und deswegen einfach nochmal die Frage, wie gestorben ist eigentlich die Hoffnung darauf, dass Verbraucher doch irgendwo rational die Welt so ein bisschen in eine gute Richtung bewegen können. Und deswegen, wie gestorben ist eigentlich die Hoffnung. Die Frage, wie gelingt es mir eigentlich für mein Anliegen, andere zu begeistern, wie gelingt es mir eigentlich andere in der Gesellschaft mitzunehmen, wie gelingt es mir andere ins Boot zu holen und mit anderen gemeinsam etwas umzusetzen. Ich würde Ihnen Ihre Fragen bitten und der Erste, der die Hand oben hatte, waren Sie da ganz hinten. Mich hat bloß stutzig gemacht, wenn eine Regierung und die Vorgängerregierung und die Vorgängerregierung, wenn ständig Naturschutzgebiete ausgewiesen werden, naja gut, irgendwann ist da auch nichts mehr auszuweisen. Also, ich glaube, dass wir von unserer inneren Verfassung innerlich eigentlich immer noch in der Steinzeit leben, so in der Gruppe agieren. Ich überspitze es jetzt mal so ein bisschen. Man will eben nicht nur Dinge für sich und nur alleine tun, sondern eben auch mit anderen. Musik Ich glaube, dass es etwas gibt, was das besonders mühsam macht. Das ist ein Dilemma oder eine Ungleichheit in der Debatte. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass die Gegner von Veränderungen leichtere Argumente in der Hand haben als die Befürworte. Es gibt doch keinen, Entschuldigung, Unternehmer, der nicht vor allen Dingen klagt, weil er Arbeitsplätze verlieren würde, wenn irgendwas anders wird. Es ist genau das. Also es gibt nicht die eigenen Interessen, sondern geht das Gemeinwohl. Das heißt, aussprechen, welche Partikularinteressen man hat, ist wichtig. Musik 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 Untertitelung. BR 2018